Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Magic Side Und das sind wir schon wieder und jetzt gehen wir endlich mal in die zweite Ebene Das erste Mal Hurra, hurra, ich hüpfe vor Freude, juhu Also ich möchte mich nochmal bei einem Zuschauer entschuldigen Ich geh jetzt auch durch die Tür Es geht mir manchmal zu schnell Aber wenn ich, ich muss sagen, mit meinem Alter Ist das schon hart Also ich geh jetzt durch die Tür Bei mir kann man nicht viel lernen Man sieht nur diesen hilflosen Figur Wie komme ich da jetzt rein? Mit W oder was? Oh Gott Ich komme nicht rein Mit rechts oder nicht? Interagieren Du musst die Taste zum Interagieren drücken So wie du an die Kiste gehst Wie du durch die Tür vorhin gegangen bist Das weiß ich schon gar nicht mehr Wie du bei den ganzen anderen Figuren was gesagt hast Wie man was kaufen kann Ach W-Taste Okay So, denk dann Äh, jetzt geht's schon ein bisschen mehr ab hier Oh, ich seh schon ne Wespe Die kommt auf mich zu Aua Warum das denn? Nimm doch mal nen Heiltrank Ich hab dir doch extra vorhin einen gegeben So, wo bist du? Ich komme Nun bleib mal ganz locker Ja, man ist hier aber ein bisschen unter Zeitdruck Wir sind hier nicht in Zeitdruck Ja, nur weil du noch nicht gesehen hast Was kommt, wenn die Zeit abgelaufen ist Was kommt denn dann? Ja, willst du dann noch Das wirst du noch irgendwann sehen Gut, wenigstens onehitten wir die jetzt Also zumindest ich Ich weiß nicht, ob du die auch onehittest Na, kommst du nicht hoch? Doch, aber ich wollte den Schleim schlagen Ohne da runter zu gehen So Ah, wir haben endlich unsere erste Fähigkeit Siehst du es rechts? Wo? Auf der rechten Seite vom Bildschirm Ganz groß Vier große Äh, drei große Kästchen Also Rechts? Rechts Am Bildschirmrand Ah, jetzt hab ich Jetzt hab ich es Okay Gut Hast du ausgewählt eine davon? Ähm Nee, noch nicht Hab ich Eber Bereit für den Eber? Halt Du bist tot Ja, weiß ich Obwohl ich gesch... Jetzt wird doch mal... Oh, guck mal, was wir haben Schutzschild Ich nehm mal kurz einen Heiltrank Ich nehm noch einen Ja, tot, okay Hast du einen Heiltrank jetzt eigentlich mal genommen? Ja Ich hab's jetzt aufgebraucht Ja, okay Das ist ja schon mal scheiße Wespe Ja, tötet die mal Ich gehöre mich hier oben um Fleisch und so Wir bräuchten eigentlich auch mal Kohle Aber wir haben keine Kohle bis jetzt gefunden Oho Ich hab sie getötet Super So Okay Wer... Also ich... Also sieht der echt gut aus jetzt, ne? Ich hab jetzt so komisch... Ich hab jetzt so dieses von Slimey was Kann ich da einen Trank raus machen? Ja, aus zwei davon Immer Das wird ein Risiko Hast du... Oh, warte, das ist ne Kiste Die hat jetzt oberste Priorität Okay, da war irgendwas Gutes dabei Und nen Heiltrank hab ich gerade gekriegt Ich brauch nen Slimey noch Warte, ich kann dir auch nen Heiltrank machen Ich kann dir nen Heiltrank geben sogar Gib mir einen Bereit? Ne, verdammt, den hast du aufgehoben gerade Ja, ist ja gut Ich geb dir mal kurz ein paar Sachen von mir, okay? Ja, ich hab auch noch nicht so viel Wie, du hast noch nicht so viel Natürlich, ich hab schon ein paar Sachen, aber... Ja, ich hab sau viele Sachen Und ich krieg die nicht alle mit Deswegen geb ich dir ein paar Sachen Warte Okay, die verkaufe ich lieber gleich Mal gucken Vielleicht präsentier was wert Die Pfeile Okay, ich hab noch... Passt jetzt den Heiltrank? Ne, ich hab den Heiltrank Ich hab auch eigentlich schon... Okay Ich benutze nochmal einen Muss ich da jetzt hoch? Ja Hier ist das Ende Ähm... So Halt Gib mir meine Kohle wieder her Nö Warum? Okay Geh durch Doch hab ich aufgehoben Pass auf, ich... Wo... Wer ist die Tür denn jetzt? Die mittlere Weil die linke ist zu schwer Das ist ein Dungeon Boah, wir sind schon District 4 Was können wir denn hier machen? Äh... Ja... Aber was haben wir denn eben gemacht? Du hast mir... Das ist alles so schnell erklärt Erstmal verkaufe ich jetzt die Pfeile Die ich gefunden hab Wir gucken mal, was brauchen wir gerade nicht Wir haben noch das eine Schwert Ich glaub, das können wir auch verkaufen Ach, das brauchen wir auch nicht mehr Auch nicht mehr Oder? Was ist das? Ne, Iron brauchen wir Kohle hab ich Ja, gib mir Dann kann ich uns ein Feuer machen Wo wir Fleisch braten Ist das nicht toll? Ja, dann können wir Fleisch braten Ja, gib mir, sagt er Damit du dein scheiß Fleisch braten kannst Wie freu... Hast du es jetzt gegeben? Wie freundlich du immer zu mir bist Ja, wenn du mir so was vorwirst hier Eigennützig zu sein So, komm jetzt her zum Fleischbraten Wie mach ich das? Wie? Du gehst da ganz ran Ja Nimmst dein Fleisch in die Hand Und benutzt es Da muss ich jetzt die... Vier und... So Schmied Macht er das selbst oder macht das nicht? Ich weiß nicht... Ah, das Feuer ist schon weg Hast du lange gebraucht Wir haben keine Kohle mehr Musst jetzt roh essen Das ist aber schon Dann eigentlich schon Ach, verschwendet Na gut Wir gehen hier mal rum Ich weiß nicht, was ich hier machen muss Nee, das geht ja so Ich esse es nochmal eben hier Hast du Stein oder Eisen? Ich bin satt Ich guck mal eben nach Ich bin die meiste Zeit nur am gucken für dich irgendwie Ich kann ja gar nicht das Spiel Wieso für dich? Hallo, ich will dir zeigen, wie du eine Rüstung machen kannst oder so Ich habe nix an Eisen Ja, hast du Pech gehabt Hier, ich gebe dir was Dann kannst du jetzt eigene Rüstung bauen Warte, ich muss mal wieder die... Wo bist du denn jetzt überhaupt? Wo bist du denn? Ich bin hier unten mit einem Scheißhaufen Ach da, okay So, warte Ich gehe ins Inventar Bin ich drin? Hier hast du Eisen Was muss ich jetzt aufnehmen? Warte, gibst du mir zwei Eisen wieder zurück? Zwei Eisen bräuchte ich So, was muss ich jetzt machen? Jetzt gehst du zu dem Schmied hier Hier, zu dem Warte, 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 warte Hier, hier Moment, ich muss das doch erstmal oben Ich bin nicht so schnell Das musst du nicht oben in die Leiste packen So Geh zum Schmied jetzt einfach hin Ich komme Ja Zum Schmied Und dann W drücken Du stehst davor, dann kann ich kein W drücken Doch, da ist er jetzt W Jetzt kann ich das Eisen geben Du musst das oben In die oberste Nee, du musst jetzt Kannst ja Entweder du machst einen Helm Aber einen Helm hast du ja schon Also du machst jetzt eine Brustplatte Das sind die In die drei Dinger Da machst du jetzt jeweils ein Eisen rein Dann brauchst du eine Brustplatte Das ist hier, habe ich jetzt Hast du eine Spitzhacke? Antwort Nein Hallo Hier Das sieht ja schon mal ganz gut aus Was ich hier habe Alles Erspielt Wo ist die Spitzhacke? Da So, wir haben ja ganz schön viel Geld Ehrlich? Also ich zumindest Hab schon ein bisschen was Ach, ihr habt 209 209 Da Huch Was macht man hier? Find the leather worker Leder und Das brauchen wir nicht Ich würde ja gerne einen Bogen haben Okay Hm, verstehe nicht Das finden wir auch schon noch irgendwann raus Ein Bogen Da musst du schon eine Klasse mit dem Bogen machen Mysteries Potion habe ich jetzt geholt Oh Gott Was du Ja Aber Die kann dich auch umbringen Wenn du Pech hast Ich benutze es erstmal gar nicht Aber ich habe sowas mal gekauft Wir haben rausgekriegt wie es geht So Ready Wo gehst du? Ach Ja zum Ausgang Das geht mir manchmal echt zu schnell Wieso? Du musst einfach nur zum Ausgang gehen Die Wehtasse Spitzhacke ist 5 Aua Critical So Okay mal gucken was wir hier so finden noch Was rennst du jetzt hier mit der Spitzhacke rum? Falls ich was finde Ja wenn Monster kommt Dann drücke ich ganz schnell die 2 Achso So Erstmal einen Heiltrank nochmal machen Da brauche ich noch ein grünes Viech Hier in der Osten Eber Da will ich nicht hin Ich habe schon mal 2 2 drücken Oh was ist das? Ich bin tot Das ist doch so ein Viech Ich habe mich mit einem Einschlag Ja sehe ich gerade Ich drücke mal kurz Z Okay ich mache auf jeden Fall Schaden Oh der steht da richtig scheiß zwischen den Steinen Zwei Steinen Hilfe Ja warte Wow was macht er denn? Okay Er macht mir Angst Er macht mir richtig Angst gerade Das sieht schon professionell aus Was du da machst Halt Oh macht er viel Schaden Aua Ich sterbe Ich bin tot Noch nicht Ja Ich drücke weh warte Ach ne kann ja gar nicht Scheiße Aber sie sind ziemlich weit gekommen Ja mal gucken Oh wir haben Oh kloppt Variante 2 Ich habe eine neue Rasse Okay Und ich habe auch eine neue Rasse 12 Du auch? Ja 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 gut ich glaube es ist der Bogenschütze Ich bin mir nicht sicher Gut dann Ja warst du das wieder ne? Ich glaube ich wollte Ja der ist ein bisschen Bisschen kürzer der Part Da werden wir einiges geschafft Ja ich komme manchmal nicht hinterher Also wer meine Parts anguckt Der sieht dann wie hilflos Diese Figur da hin und her hüpft Aber ich würde sagen Ich habe eigentlich ganz gut Bis jetzt meine Maus ist weg Achso ich kann ja gar nicht auf Klose drücken Ja Ja ich gucke gerade so viel WM Klose ne? Ich verstehe es wieder nicht ne? Klose? Na egal Ich sage tschüss Sikorski Bis dann Ciao ciao Bis dann Tschüss Na cool Gut perfekt Ja Also ich komme Ich mache ja nur Ich bin ja nur Mitläufer Aber Ja werde ich auch machen Wie viel machen wir denn noch? Einen nur noch oder? Naja Das reicht glaube ich auch gleich Oh Papa Ich bin alt Horvatsch Ich bin alt Ich bin alt Siz Das geht Jetzt Ich bin alt